Der weltberühmte Unterhaltungskonzern Disney setzt schon lange auf den linken Zeitgeist. So lässt der Konzern in seinem Streaming-Angebot zum Dschungelbuch vorab Warnungen einblenden, dass die Inhalte rassistisch verstanden werden könnten und entschuldigt sich dafür. Ariel aus dem Märchen des Dänen Hans Christian Andersen hat Disney in seiner Neuproduktion mit einer schwarzen Animationsfigur besetzt. Auch die Fee Tinkerbell im neuen Disney-Film Peter Pan und Wendy ist nicht blond und hellhäutig, sondern eine schwarze. Aber die Krone der Vokeness setzt sich Disney wohl mit dem Film über die geschlechtslosen Elemental auf, die gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit kämpfen. Doch der um Walt Disney imbrannte Kulturkampf zeigt immer häufiger auch finanzielle Auswirkungen, erklärt der Aktionär. Und so floppten die linken Filme. Mit einem Budget von knapp 200 Millionen Dollar hat Elemental in den USA laut Hollywood Reporter an den ersten drei Tagen weniger als 30 Millionen Dollar eingespielt. Das ist das schlechteste Einspielergebnis eines Pixar-Films aller Zeiten. Ein wirtschaftliches Desaster. Die Disney-Aktie zeigt weiter nach unten. Nach dem Stellenabbau in Corona-Zeiten im Umfang von 32.000 Mitarbeitern sollen jetzt weitere 7.000 Mitarbeiter den Entlassungsbrief erhalten. Die Schulden und sonstigen Verbindlichkeiten des Unterhaltungskonzerns belaufen sich mittlerweile auf 103,3 Milliarden Dollar. Mitverantwortlich dafür ist Letantra Newton. Sechs Jahre lang kümmerte sie sich als Direktorin für Geschlechtervielfalt und Chefin für Gleichstellungsfragen um diversitätssensible Inhalte als Gender-Ideologie in den Filmen und Serien. Bis in die Chefetage hat sie es damit gebracht. Doch das hat nun ein Ende. Nach der Finanzchefin verlässt auch sie das Unternehmen. Gerüchten zufolge wäre sie im Streit um die strategische Ausrichtung des Konzerns gegangen. Ein Nachfolger für den Posten Geschlechtervielfalt wird scheinbar nicht gesucht.